World of Warcraft, hier, neues BG, Wrath of the Witch King, ne? Ah, mal gucken, wahrscheinlich bin ich da genauso katastrophal schlecht wie in den letzten BGs, oder in allen BGs, ich hab ja immer noch so gut wie gar keine Ahnung von WoW. Oh, ha, eine riesige, eine riesige Map, Raffinerie unerobert, Docks unerobert, Werkstatt unerobert, aha, und der Hangar, äh, vermutlich, 300 Punkte, äh, vermutlich, boah, Alter, sind das viele Leute hier, Junge, Junge, viele, viele Leute, Ja, ich vermute mal, das ist wie in den anderen Dingern auch, man muss die Teile hier erobern und, äh, verteidigen, das Schlagfeld beginnt in 60 Sekunden, so früh schon, sonst muss man doch immer so ewig warten hier, ja, kein Plan, ich denke, ich, äh, müsste den anderen eigentlich hinterherlaufen, aber, Hm, ist heute IOC-Tag? Boah, viele Leute, Alter, was geht, na? Insel der Eroberung, was ist das? Ja, Insel der Eroberung wird wohl das BG hier sein, da beklagt sich anscheinend einer darüber, dass, äh, immer die Map aufgeht oder was, guck mal, das ist schon mal sehr interessant, zwei Leute gehen hier rüber tappen, das finde ich ganz gut, Und ich gehe hier mit den Guys mal in die Mitte und die gehen da rüber, ich glaube, wir splitten uns ein bisschen sehr extrem, aber ich kann das jetzt auch nicht so beurteilen, wie man sich hier am besten aufteilt, Hier direkt mal so eine Kugel da rein, und hier so ein, so ein, so ein, so ein Eisregen, Wow, Hier, den nuke ich hier erstmal schön, Weg, Weg, Das, Ja, ich muss unbedingt mal bei Gelegenheit meine, äh, Tasten, umstellen, fällt mir gerade wieder ein, Hier, der Tobi, den kriegen wir noch, oder? So, Ah, anscheinend haben wir hier das Ding in eingenommen, Jetzt sollten wir, glaube ich, mal hier links rüber, Kann man mit den Dingern hier irgendwas machen? Oh, krass, Wie schieße ich? Oh, damn, wie schieße ich denn? Oh Gott! Oh Gott! So eine gute Idee war da gerade, hm, Ja, Gucken wir mal, Ich mach einfach das hier, was die anderen Dudes machen, Ich weiß gar nicht, ist das ein Spieler hier? Wow! Oh mein Gott! Oh 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 ok! So, Ich mach mal mit dem mit, Oder muss man die Main Base von denen hier einreißen? Kann auch sein, ne? Kann auch sein. Allianztor. Okay, da drin ist Schlägerei. Komme ich da irgendwie rein? Hier? Ne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme, Leute. Vielleicht ist auf der anderen Seite das Tor offen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint das Gerät hier das Tor kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die Katapulten, die gehen down die ganze Zeit. Aber da hinten sieht mir so aus, als wäre da auch zu. Und hier auch. Ich verstehe nicht so ganz, wie die da reinkommen. Unsere Mates. Und die ganze Karte gehört uns. Das ist auf jeden Fall gut. Krass, wie kommen die denn da rein? Vor der Horde. Hier fliegt nochmal das Luftschiff der Allianz. Okay. Hm. Ja, so hundertprozentig raffen tue ich es nicht, aber ist ja egal, ne? Ich level ja erstmal noch. Hauptsache XP. Und ein Wind ist schön. Ich glaube, dann gibt es noch mehr XP. Und schon mal ein paar Punkte. Hier kann ich den irgendwie ausnehmen. Interessant. Ausweiden. Da kommen, glaube ich, die nächsten Katapulte angefahren hier. Die schleudern oder was das für Dinger sind. Ah, ah, da kommen die nächsten schleudern. Kann ich da auch einsteigen, ne? Boah. Die schießen aber auch ganz schön hart. Hier, Schlägerei. Zack, zack. Hier, zack. Ah, ich könnte mal mein Pad rausholen, ne? Das wäre doch was. So. Der Tor hat nicht mehr viel. Krass, das repariert sich die ganze Zeit wieder, oder was? Was soll es? Keiner weiß es. Oh, den Dude, den holen wir aber noch, oder? Ja. Ich weiß nicht, was so ein bisschen Ziel ist hier. Ich dachte, wer die meisten Dinger hat, der... Oh, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Hier, da kommt hier der Drachenvogel der Illidan raus. Oh, der haut mich zu brei. So, schön. Weckgeportet. Das ging doch ganz gut. So, vielleicht müssen wir auch den Mainkeep hier erobern. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen Ziel ist. Oh, rein hier in die Bude! Rein in die Bude! Ach du meine Güte, das sind ja mehr als ich dachte. Ich meine, wir sind ja auch sehr, 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 sehr viele, aber... Wir haben hier schon eine Let's and Win-Einstellung, die Dudes. Wir haben hier eine Let's and Win-Einstellung. Guck mal hier, die sind schon teilweise afga, machen schon nichts mehr. Krass. Ich verstehe nicht so richtig, wie das hier mit den Punkten funktioniert. Und ob das überhaupt irgendeine Bewandtnis hat. Hier der Typ, der geht auch drauf. Krass, das hier in der Mitte ist jetzt rot geworden. Die Tore wurden durchbrochen, verteidigt die Festung. Interessant. Hochkommander, ach, das ist ja krass. Ich glaube, wenn wir den gekillt haben, ist es vorbei. Dann haben wir gewonnen. Ich denke mal, wenn wir den gekillt haben, ist es GG. Yo. Nice. Und bin ich der schlechteste? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Ich bin ziemlich weit unten. Ah! Gute Mates gehabt auf jeden Fall. Allianz, Horde. Puh. Naja, ich habe vier Leute gekillt, bin keinmal gestorben. Das ist immerhin, ne? Gut. Dann hoffe ich euch, hat es gefallen. Und tschüss! Boah! Abonniert. Vielen Dank.